Ein halbes Jahr später, 1274, nachdem die Verlegung des Klosters an den neuen Standort durch die Margrafen beurkundet wurde, bestätigt Papst Gregor X. dem Kloster erneut seine Rechte und Pflichten und stellt das Kloster unter seinen Schutz. Damit bekräftigt und legitimiert er den Willen der Margrafen und des Ordens. Gregor, Bischof, Knecht der Knechte Gottes, entbietet den geliebten Söhnen, dem Abt und Konvent des zum Zisterzienserorden gehörenden und in der Diözese Brandenburg gelegenen Klosters Korin, seinen Gruß und apostolischen Segen. Weil ihr berechtigterweise und ehrenhaft darum gebeten habt, soll aus Gründen der Rechtsgleichheit und weil es der Ordnung halber vernünftig ist, durch die vorausschauende Sorge unseres Amtes folgendes zum erforderlichen Erfolg geführt werden. Deshalb, geliebte Söhne im Herrn, begrüßen wir eure zu einem Ruf vereinigten Forderungen und nehmen den Ort, wo ihr euch gehorsam dem Dienst für Gott hingebt, mit allen Gütern, die ihr gegenwärtig vernünftigerweise besitzt und in Zukunft besitzen werdet und rechtmäßig für Gott erwerben könnt unter des heiligen Petrus und unseren Schutz. Das betrifft besonders Ländereien, Häuser, Besitztümer und andere eurer Güter, soweit ihr sie zu Recht und im Frieden zu eigen habt. Mit euch und durch euch vereinen wir uns mit eurem Kloster und stärken euch durch die apostolische Autorität und den Schutz dieser Schrift. Von allen Menschen ist es niemandem erlaubt, diesen Schutz- und Bestätigungsbrief herabzusetzen oder ihm in leichtsinnigem Übermut zuwiderzuhandeln. Sollte er es dennoch versuchen, wird er den Zorn Gottes des Allmächtigen und der heiligen Apostel Petrus und Paulus auf sich lenken, gegeben in Lyon an den 6. Iden des Februar im 2. Jahr unseres Pontifikates. Das heißt, ich bin ein wenig, dass das echt ist. Das war's.